Pika Pika Living with Luna Kapitel 1 Sonntagmorgen Es klingelt, ich gehe nicht dran. Wer auch immer Sonntagmorgens um 8 Uhr an meiner Tür klingelt, kann froh sein, wenn ich ihn nicht einhändig erwürge. So etwas würde ich natürlich nie machen. Dafür müsste ich zunächst einmal aufstehen. Sonntagmorgens um 8 Uhr, wohlgemerkt. Es klingelt wieder. Ich wälze mich verzweifelt auf die Seite und hoffe, dass der penetrante Klingler bald nachgibt. Es klingelt, diesmal pausenlos. Nachdem an Schlaf nicht mehr zu denken ist, raffe ich mich auf und gehe zur Tür, bereit, einen Vertreter der Christengemeinde oder sonst jemand in Grund und Boden zu grüllen. Hi! Ich kneife die Augen zusammen, zähle bis 5 und mache sie wieder auf. Äh, alles in Ordnung? Eine gute Frage. Vor meiner Tür steht ein dunkelblaues Einhorn mit blauer Mähne und Flügeln und fragt mich, ob alles in Ordnung ist. Meine spontane Antwort darauf wäre nein. Ich bin Luna, sagt das Einhorn. Äh, hi? Kann ich reinkommen? Da ich mir nicht sicher bin, ob ich träume, kann es mir im Grunde genommen egal sein. Oder? Äh, klar. Warum nicht? Ich trete zur Seite und mache den Weg frei. Danke! Sagt Luna und betritt meine Wohnung. Kritisch in jeden Winkel schauend. Nett hier! Sagt sie knapp. Äh, dankeschön. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass du einen Mitbewohner suchst. Sagt sie und springt auf mein Sofa. Einen Mitbewohner? Ich? Das wäre mir neu. Äh, ich glaube, da isst du dich. Ich suche gar keinen Mitbewohner. Sie sieht mich an. Machst du das öfter? Was? Jeden Satz mit Ä beginnen. Bist du zurückgeblieben oder so? Was? Rede ich Chinesisch? You no speak German? Sorry, aber... Mir fällt augenblicklich nichts ein. Daher stammle ich einfach... Du bist ein Pony. Eine Pause entsteht und Luna musterte mich von oben bis unten. Scheinbar versucht sie herauszufinden, ob ich doch nicht zurückgeblieben bin. Mach dich nicht lächerlich! Sagt sie, nachdem sie mich eingehend in Augenschein genommen hat. Ich bin auch kein Einhorn, klar? Ich bin ein Alicorn. Halb Einhorn, halb Pegasus. Natürlich, klar, murmelte ich, als wäre es das Normalste von der Welt, dass ein blaues Alicorn auf meinem Sofa sitzt und behauptet, ich würde einen Mitbewohner suchen. Bett habe ich keins, aber ich gebe mich mit dem Sofa zufrieden. Sagt Luna und streckt sich. Scheint ja ziemlich bequem zu sein. Sorry, aber ich suche überhaupt keinen Mitbewohner. Ich habe gerade genug Platz, um mein eigenes Zeug in der Wohnung unterzukriegen. Und ehrlich gesagt glaube ich kaum, dass ich einfach ein blaues Einhorn Alicorn! unterbricht mich Luna genervt. Alicorn bei mir wohnen lassen kann. Schon klar. Wäre auch nicht für lange. Nur für ein paar Tage oder so. Nein! Ach komm schon! Nein! Bitte! Nein! Bitte, 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 bitte! Eine Pause entsteht. Ich hole Tiefluft. Also gut, von mir aus. Oh, vielen Dank! Ruft Luna und schlingt ihre Vorderhufe um meinen Hals, wobei sie mich beinahe mit ihrem Horn erdolcht. So langsam beschleicht mich der Verdacht, Opfer irgendeines ausgeklügelten Schachzugs geworden zu sein. dass sie sehr weginig sind. 물론 sie sich verabsch Auron... Aare ich einfach nur gesklügelte Schachzunkenações, aber es ist doch deswegen botherscher. Wie lange customer versuchte ich? Ich würde es nicht nicht zuerst einen Schach sehr verabschlag. ... Vielen Dank.